So Leute, willkommen zurück zu Jack 2. Wie ihr seht, werden wir verfolgt. Das liegt daran, dass ich Scheiße gebaut habe. Aber wir sind auch schon hier. Also kein Problemchen, meine lieben Freunde. So, jetzt sollte ich... Das Zerstörerteam ist zurückgekehrt. Einmal flambiertes Munitionslager. Als wir das Lager gesprengt haben, war da was Merkwürdiges. Die Gardisten des Barons haben Fässer voll mit Ico an ein paar Metallschädel gegeben. Wirklich? Das wird den Schatten sicherlich interessieren. Weißt du, bis jetzt waren deine Jobs leichter, als einer schlafenen Jackau das Gras zu stehlen. Du und der Nager wollt euch wohl beweisen. Einer unserer Lieferanten wartet auf seinen Lohn. Ein Sack Eco-Erz. Schnappt euch den Zoomer draußen und fliegt zum Hip-Hox-Salon in der Südstadt. Fragt dort nach Crew und lasst euch nicht von den Spähtrupps des Barons aufhalten. Und nebenbei horcht Crew aus, wenn ihr schon mal da seid. Er hat Informationen in der Stadt und weiß vielleicht, was der Baron im Schilde führt. Verlass dich auf uns. Seid ihr immer noch hier. Da hat das Ding einfach abgeschnitten. Die Zwischensequenz. Ja gut, das soll mir recht sein, mehr oder weniger. Zoomer heißen die Dinger, genau. So steigen wir da mal rauf. Und ab geht. Oh, ich glaube wir sollten den nicht zerstören. Den sollten wir wirklich nicht zerstören, weil ich gehe eigentlich nicht so sorgsam mit meinen Zoomern um. Aber mit dem sollte ich glaube ich ein bisschen vorsichtiger agieren. Sonst könnte das ein bisschen ins Auge gehen, meine lieben Damen und Herren. Wir müssen wie es aussieht von einer Minibar. Also dieses Cocktailglas da lässt mich darauf schliessen. Keine Ahnung, also in GTA spielen war dieses Cocktailglas immer ein Symbol für eine Bar. Da hat jetzt gerade jemand geschockt. Wieso schießen die? Wieso? Was hast du einfach gemacht? Check, eine Schlaßensperre der Garde. Hau ab da. Wieso? Ich gehe einfach durch. YOLO, ich gehe einfach durch. Was ist das Problem? Oh, traurige Musik. Ja, wir versuchen es nochmal. Was war das für ein Schall? Ja, ich gehe da einfach durch. YOLO, man hat es gesehen, wie YOLO mäßig. Ich gehe da auf die Fresse geflogen bin. Wieso hoch? Aber ich hätte es glaube ich geschafft, wenn ich ein bisschen besser abgebogen wäre. Ja, hört auf mich jetzt jedes Mal vor. Nein. Habe auch nicht gesagt, ich sollte sorgfältig mit dem Cruiser. Ne, mit dem Cruiser und Zoomer umgehen. Ja, das habe ich glaube ich gesagt. Komm, wir sind die Cruiser, wenn wir cruisen. Fahrer auf dem Gehweg, egal wer im Weg steht. Die Reifen sind blutig. Ein echter Mann hupt nicht und zieht dein Gesicht wie sieben Jahre wegen Gringwetter. Ich lade die Barretta. Das war nicht so prall, glaube ich jetzt. Ne, das war, glaube ich, eher weniger gut, meine lieben Freunde. Deswegen versuche ich mich mal ein bisschen zu sputen. Ich spute mich wieder, liebe Spukim. Ah, nicht auf mich schiessen. Nicht auf mich schiessen, liebe Freunde. Nein, 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 ihr müsst doch nicht auf mich schiessen. Das ist doch kein Problem, schiess einfach nicht auf mich. Dann wird alles wieder gut. Meine... Äh? 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 Ich würde am liebsten mein Gefährt wechseln, aber das kann ich glaube ich eher weniger tun, weil ich muss das Paket dort hinsen. Nein! Nicht auf mich schiessen, hört doch auf! So, jetzt hier schnell abbiegen. Hier, um die Kurve. Und da haben wir es fast geschafft. Ich habe ein paar Passanten umgefahren. Kein Problem. Ihr opfert doch für einen höheren Zweck, meine lieben Freunde. Für einen... Eine Straßensperre. Sie sind hier auf den Fersen. Ja, 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 ich merke es. Irgendwie habe ich das gemerkt, dass sie mir auf den Fersen sind. Na gut, so jetzt muss ich hier hoch, glaube ich, sonst... Junge, ich habe irgendwie das Gefühl, die treffen mich die ganze Zeit. Die treffen mich, glaube ich, auch. Aber irgendwie bin ich noch nicht tot. Irgendwie bin ich noch nicht tot, da ist das Ziel! Da ist das Ziel! Komm schon! Na bitte! Bitte! Was wäre so cool, wenn ich es schaffe? Nein! Hört auf! Meiii! hmmm! Irgendwie bin ich noch der beste Fahrer. Kann das sein? Ist es vielleicht nicht möglich... Nein, 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 nein. Geh mit euren Verdächtigen und dies und das und jenes. Lass mich doch in Ruhe. Ganz ehrlich so. Weg mit euch. Weg mit euch. Ah, komm. Äh, nein, Schnitt mache ich nicht. Nein, nein, Schnitt mache ich nicht. Das. Ah, gottchen, oh gottchen, oh gottchen, das fängt wieder super an. Das fängt super an, also, das fängt super toll an. Yay. Mehr Hörnpanzer, ja, hooray, hu, ha, hey, ho, hey. Ich fahre mit hohem Tempo. Ich fahre nicht nur mit hohem Tempo. Ich fahre auch mit 5 Promille Intus. Merkt man, glaube ich, an meinem Fahrstil so ein bisschen. An meinem Stil. An meinem Stil. Eisstil. Ihr versteht, was ich meine. Das sollte irgendwie ein billiger Wortwitz sein. Der ist mir, glaube ich, eher weniger gelungen. Stoppt das Fahrzeug. Ja, ich stoppe es von alleine, wenn ich mal am Ziel angekommen bin. Also müsst ihr rein theoretisch gar nicht auf mich schießen, liebe Freunde. Dann, äh, verschwendet ihr eure wertvolle Munition nicht. Und ich verschwende meine wertvollen Leben nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt schon gestaubt. 5000 Mal gefühlt. Mindestens 5000 Mal, glaube ich. Ah, äh, nee, ich wollte die nicht umfahren. Ich bin extra daneben gefahren, ja. Absichtlich bin ich daneben gefahren. Aber wieso sollte ich die umfahren wollen? Das gibt doch keinen Sinn. Hat er mich gerade angeschossen? Dude, where's my car? Wieso hast du mich angeschossen? Habe ich schon mal gesagt, dass man in diesem Spiel ziemlich oft stirbt? Habe ich? Habe ich nicht? Ja gut, man stirbt ziemlich oft in diesem Spiel, wie ihr vielleicht gemerkt habt. So, jetzt haben wir es aber irgendwie doch noch geschafft. Sehr gut. Lass mich mal ran, Jack. Und pass auf, wie raffiniert ich das mache. Aber frag unbedingt nach dem... Alles cool, Mann. Keine Panik. Hey, Großer. Crew, stimmt's? Tja, wir haben's krachen lassen und deine Lieferung ist in einem Top-Zustand. Das ist gut. Denn eine Ladung seltenen Eko-Erzes ist wertvoller als zehn von deiner Sorte. Und ich würde euch ganz langsam dafür... zahlen lassen. Der Untergrund nimmt heutzutage wirklich alles auf, was atmet. Was haben wir denn hier? Das Schattenmaskottin des Monats. So weich. Sieg, würde dieser Pelz nicht gut zu meinen Seidenanzügen passen? Er trägt's ganz schön dick auf. Ganz klar, dass du und ich gerne mal einen drauf machen, oder? Wir sind eben Spieler, stimmt's? Wir wollen beide Action, stimmt's? Schätze, willkommen ins Geschäft, stimmt's? Wir haben dir geholfen, jetzt bist du dran. Warum gibt der Baron Eko an den Metallschädel? Solche Fragen können dich den Hals kosten, ne? Sieg, gib El Capitan und seinem Kumpel hier ihren Bonus. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Baby alles kann, dann checkt mal die Schießstrecke draussen. Lasst sehen, was ihr drauf habt mit dem Ding. Und ich gebe euch ein, zwei Jobs, ne? Haben wir jetzt eine Waffe? Aber ja, wir haben sie in der Tat krachen lassen. Das sind Streuwaffe erworben. Wie schiesst ihr denn damit? Hallo? Ja, ne, da wird wahrscheinlich wieder die Zwischensequenz anfangen. Das wähle ich jetzt nicht unbedingt. So, der Schießstand ist da. Ist der denn weit weg? Ich weiß nicht. Wie weit ist denn der Schießstand? Der sieht relativ nah aus. Aber ich glaube, der ist ein bisschen weiter weg. Deswegen, komm, holen wir uns hier einfach mal einen Gefährt. So einen Zoomer. Und dann ab geht's da hin, meine lieben Freunde. Wie gesagt, also meine Farskills habe ich ja schon unter Beweis gestellt. Die sind ja richtig gut. Und alles andere ist auch richtig gut. Bäm. Schade, ich wollte, dass es explodiert. Aber nun gut. Langsam. Du weißt ja noch gar nicht, wie man dieses Teil benutzt. Die Streuwaffe ist gut für Nahangriffe. Mit breiter Feuerkraft. Zum Feuern ziehst du am Abzug. Mit der 1. Mit der 1 feuern wir. Gut zu wissen. Gut zu. Stark, was? Ist aber nicht gerade die schnellste Feuerwaffe der Welt. Du kannst die Waffe jederzeit ziehen oder wegstecken. Steck die Waffe mal weg. Einfach, oder? Und jetzt zieh die Waffe nochmal. Gut. In den Kisten der Crimson Guard findest du rote Munition. Schieß auf die Kisten. Super, jetzt bist du soweit. Willst du die Streuwaffenschießanlage ausprobieren? Ja, machen wir mal. Machen wir mal. Jetzt wissen wir auch, wozu die Kisten da sind. Was? Laden, entsichern. Fertig? Los, schieß auf alles. Je schneller du ein Ziel erwischst, desto mehr Punkte bekommst du. Ja, das war mal nicht so gut von mir. Pass auf Zivilisten auf. Ein Schuss in die eigenen Reihen kostet dich Punkte. Ja, sag das ein bisschen früher. Scheiß auf Zivilisten. Die müssen ab und zu mal drauf gehen. Sonst ist es ja nicht witzig. Also, habe ich mal gehört. Ist jetzt nicht meine Einstellung, nein. Aber habe ich mal irgendwo gehört. Und irgendwie treffe ich die teilweise auch nicht. Das ist einfach eine Schussflinte mehr oder weniger. Kann das sein? Die gefällt mir eigentlich ganz gut, die Schussflinte. Hau ab, junge Lady. Ähm. Zack. Wieso trifft es aber nicht beide, wenn ich schon irgendwie so... Zack. Äh. In die... Oh. Upsi. Sorry. Ja, es tut mir wirklich leid. Tut mir wirklich... Leid. Nein. Nein. Ja, sehr gut. Irgendwie sind die teilweise relativ schnell, die Dinge. Ich bin mir sicher, ich kann auch irgendwie... Ah, scheiß drauf. Ich kann irgendwie ein Trophäe bekommen, wenn ich hier ganz viele Punkte mache. Aber das wird, glaube ich, für mich nicht möglich sein, da ich jetzt... Ja, nicht der Schusssicherste bin. Sagen wir es mal so, um es mal nett auszudrücken. So, schön ein bisschen Munition tanken. Hallo? Achso, hier geht es weiter. Sag das doch. Ich dachte, das ist doch schon vorbei. Ah, wir müssen so lange weitermachen, bis wir das Ziel erreicht haben. Kann das sein? Ich glaube, das könnte in der Tat... Äh... Sein, weil... Da steht ja nicht umsonst Ziel. Habe ich eine gewisse Zeitvorgabe, oder habe ich so lange Zeit gewählt? Ja, dann können wir uns hier schön austoben, solange wir uns austoben wollen. Ja, wieso nicht? Oder wenn der... Vielleicht, wenn der Kurs hier zu Ende ist, ist auch meine Zeit vorbei. Kann es sein? Yay! Aber macht irgendwie Spass, macht Spass. Ihr habt mir ja schon, als ich Jack und Dexter gespielt habe, letztes Spiel habe, habt ihr mir gesagt, so, ähm... Ja, in Teil 2 gibt es Waffen. Und da war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert von, weil... Nein, ich will. Du packst das. Bronze. Okay. Was ist das Film? Ach so. Ah, es geht weiter. Wie sehe ich das? Nee. Lust, den Schießanlagenrekord zu brechen? Wollen wir es mal probieren? Hm. Drücken, um die Steuerwaffen zu versuchen. Was gibt es hier? Ah, hier ist das Ende. Ey, wollen wir es nochmal versuchen? Wieso nicht? Ähm, also da war ich erstmal nicht begeistert, so von wegen... Joa, es gibt Waffen, weil mich das zu sehr an Ratchet & Clank erinnert hat, so ein bisschen. Aber, äh, die Waffe bis jetzt... Oh, komm. Ist eigentlich... Oh, nee. Sorry. Ist eigentlich ganz cool. Muss ich ja persönlich sagen. Oh, komm, trifft er auch. Sehr gut. Danke. Zivilisten. Wir wollen ja keine unschuldigen Zivilisten töten. Das ist immer... Oh, fuck. Ich dachte, ich treffe. Das ist immer mein Motto. Nach dem Motto lebe ich auch. Und es macht irgendwie Spaß, hier rumzuballen. Keine Ahnung. Ja, komm. Ab und zu muss mal jemand, äh, drunter leiden. Sonst, ähm... Ja, sonst sind die Leute sich zu sicher, so von wegen... Oh, der, äh, der Jack, der ist ein Zulieber-Bursche. Der Untergrund muss ja auch ein bisschen gefährlich wirken. Finde ich jetzt persönlich. Und wenn da alle überleben, dann... Ja... Es ist wie bei Spider-Man. Manche mögen Spider-Man, manche hassen Spider-Man. In, äh, hier New York. Und so muss es auch bei, äh, hier bei Jack sein. Manche müssen ihn lieben, weil er halt so ein toller Kerl ist. Und manche müssen Angst vor ihm haben, weil er so ein gemeingefährlicher Verbrecher ist. So ist das immer schön fein. Habe ich jetzt wieder einen Zivilisten getötet? Und ich schaffe niemals hier die 8000. Da muss man ja richtig gut sein. Ich glaube, ich gebe das auf. Ich gebe es auf. Komm, ihr, weg mit euch. Aber wie gesagt, macht richtig Spaß. Kann ich euch nur empfehlen, gehe ich mal an den Schießstand und schieße mal ein paar Zivilisten ab. Ähm, die werden ganz bestimmt Freude daran haben. So, weg, weg. Und ich glaube, da gibt es irgendwie Special-Punkte. Habe ich das Gefühl. Aber ich habe ihn leider, leider nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Aber gibt es überhaupt Special-Punkte oder kommt es mir nur so vor? Bekomme ich denn Punkte, wenn ich so, äh, Gegner in Folge kaputisiere? Ich glaube, das muss man so mehr oder weniger ein bisschen auswendig lernen, um, ähm, da eine hohe Punktzahl zu bekommen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass man da, ähm, auch eine Trophäe bekommt, wenn man, nein, wenn man gut genug ist. Aber dazu musste man das, glaube ich, auswendig kennen. 5.549 Punkte. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Lust, den Schießanlagenrekord zu brechen? Komm, ich versuche es noch ein paar Mal und wenn ich einen guten Lauf habe, dann zeige ich euch den. Okay, lassen wir das lieber irgendwie... Lust, den Schießanlagenrekord zu brechen? Nee, erstmal lieber nicht. Lassen wir das mal gut sein. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine coole Waffe und... Können wir mit der denn irgendwas anrichten? Ich weiß es nicht. Moment, haben wir jetzt die Mission beendet oder geht die Mission noch weiter? Ich schaue nur ganz kurz, weil wenn die Mission spricht mit Crew, okay. Dann, ähm, gehe ich nochmal die Mission kurz abschließen, damit wir die in dem Part abgeschlossen haben, die liebe Mission. Komm, hol dir... hol dir mal den Zoomer. Check. Muss ich auch erstmal töten, bevor ihr mir den Zoomer gebt? Dankeschön. Danke, danke, danke schön, liebe, äh, Mitbewohner. Du hast eine gute Tat vollführt, indem du mir den Zoomer geschenkt hast. Sehr netter Typ, sehr net. Äh, wenn ihr den mal seht, dann, ähm, spuckt ihn bloß nicht ins Gesicht, weil er ist ein netter Kerl. So, wir haben geschossen und jetzt... Klasse geschossen, Jack. Schon mal dran gedacht, ein Ödländer zu werden? Hm? Kann ich nicht behaupten. Ödländer suchen für mich Dinge außerhalb der Stadtmauer. Hm? Kein Artefakt und keine guten Waffen, die nicht durch meine Hände gehen. Er arbeitet für mich und ich lass euch die besten Stücke zukommen. Metallschädel umbringen? Coole Sachen kriegen? Hört sich gut an. Langsam, Jack und Mr. Fettbacke. Und jetzt noch mal zum Mitschreiben, bitte. Es kommt nämlich nicht in die Tüte, dass ich noch mal zu den Metallschädeln rausgehe, okay? Zeig wird euch alles zeigen. Also, ihr wollt Ödländer werden, ihr Weicheier? Wir werden ja sehen, aus welchem Eisen ihr seid, wenn's zur Sache geht. Coole will neue Trophäen, um mehr Gäste in den Hip-Hop zu locken. Also krall ich mir an der Pumpstation fünf miese Metallschädel für ihn. Jetzt macht ihr mal nicht ins Fell, Kleiner, denn wir haben ja den Friedensstifter. Wow! So was brauch ich auch. Wo hast du den her? Frag nicht. Jemand muss sich den Rücken freihalten, während er die Metallschädel verfolgt, hä? Hä? Wir treffen uns an der Pumpstation. Hört gut zu, Mädels. Lass mich ja nicht da draußen hängen, kapiert? Auf geht's. Gut, ähm, wie es aussieht, ist das doch schon eine neue Mission. Na gut, die Mission machen wir aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung freuen und ein bisschen Feedback. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und... Tschüssüss. Tschüssüss. Tschüssüss.